Willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei dem Herrn Quake und Herrn Lück. Und zwar beim Parten. Wir haben eine komische, komische Geschichte jetzt gerade. Und zwar müssen wir jemanden umbringen. Das komische ist... Geh doch mal weg, du Affenkopf. Was ist denn jetzt? Und da schießt irgendjemand auf mich. Oh ja, oh ja. Da unten. Ach, das ist die falsche? Die hier. Komm, wir machen das so. So. Und dann. Komm. Das muss doch gehen. Komm, noch eine. Leg dich hin. Affenkopf. Und jetzt du. Pass auf. Jetzt kriegst du nämlich einen Molotow-Cocktail. Sind Sie verrückt? Achtung. Shit. Wie kann man denn das machen? Den kann man so. Okay. Ach, den sollte ich eingestrüsten. Aber ich krieg's jetzt nicht hin. Das ist ja erholt, oder was? Das ist der Typ. Wie komm ich denn da runter? Aber ich muss jetzt in der Mitte kommen. Wie kann ich denn den rüsten? steck weg wie komm ich denn da runter wie komm ich denn da runter halt ich muss zurück da stimmt doch was nicht hab ich noch einen Molotow Cocktail drücken sie halt links ach ich erschieße dich einfach so so erledigt naja ist nicht viel Geld scheiße hätte ich vielleicht anders machen sollen aber ich hab's doch versucht wie komm ich denn da runter Knarre wegstecken komm ich denn da runter naja ich räum mir auf na klar aber wie komm ich denn da hin ich hätte da drüben hingehen müssen warte mal ich kann ja mal war das hier rein jawohl den haben wir schon geblindert und komm du brauchen sie ärztlich keine sorge die meisten meiner patienten leben noch so das war's kommen sie wieder wenn die schmerzen zurückkommen äh okay halt war da Geld ne da ist kein Geld so raus hier raus hier ich geh mal die Runde rum ich geh mal die Runde herum und schauen wir mal ob wir da vielleicht runterkommen das ist ja alles ein bisschen komisch komisch wie kommt man denn da runter ah da über den Bahnhof oder was ne naja gut was soll's es liegt ja noch da wenn ich es brauche hol ich es Bier was haben wir denn Karte wo müssen wir denn hin oh was ist das denn gut gut okay das könnten wir machen hier als nächstes tralala das machen wir ins Warehouse okay dann machen wir uns mal ein Ziel das machen wir mal hierher so okay ah hier könnte man hier kann man nicht runtergehen ich brauche ein Auto hier da ist eins einsteigen wir könnten noch den Laden da vorne noch übernehmen komm den fahren wir mal hin das Traccia Teller laden den nehmen wir mal den nehmen wir hier aussteigen und wir gehen mal rein hier geht's nicht rein hier auch nicht wo ist denn der Laden ah hier so ich esse wirklich gern hier aber der Laden ist einfach nicht sicher ich möchte Ihnen helfen ich habe keine Angst vor Ihnen was verarschen Sie mich nicht wo ist mein verdammter Anteil von mir kriegst du keinen Cent du Bastard ja darauf habe ich lange wo ich das tue halt wer schießt oh so jetzt rede ich will eine Antwort jetzt ich werde nicht zahlen niemals okay okay hast du genug worauf warten Sie noch gut nehmen Sie mein Geld aber tun Sie mir nichts geht doch warum denn immer so kleinlich schön zahltag wie viel gebe ich denn ab das ist mir echt zu much ich wollte hier noch mal aufsammeln auch hier ist die Geld diese diese kleinen Killer der anderen die haben immer nur irgendwie schönes illegales Geschäft hey wer schießt denn da hast du einen an den Sack oder was ich fass es ja wohl nicht oh ah wir gehen direkt auf dich zu du Arschloch komm hier so ist jetzt Schluss oder was du bist getroffen und du wirst gleich sterben ich glaube kaum komm hoch Silvio hä hast du dir gedacht und äh weg 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 oh hat es dich erwischt das tut mir aber leid so schön noch Geld eingesammelt ja das nehmen wir auch noch mit und dann gehen wir noch mal hoch ich will alle Geschäfte haben alle Geschäfte das ist glaube ich nichts Sinnvolles hier Dynamit und Kohle auch noch sehr schön Mensch das läuft ja hier wie verrückt brauche ich ja gar nichts mehr machen hier weiter äh ja den illegalen Laden habe ich ja ich stecke mal die Knarre weg wer bist du denn halt 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 geh mal komm mal hier wir wollen reden komm her oh was macht er denn wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt arbeiten Sie ab sofort für die Corleones na na gut Sie haben gewonnen aber sagen Sie keinem was okay ich sage niemandem was ich denke unsere Abmachung ist in unser beider Interesse na warum bist du denn dann weggerannt Arschloch jetzt muss ich bloß aufpassen dass ich hier ganz ganz schnell wegkomme ganz schnell und vielleicht noch mal zu dem Typen ups Entschuldigung und vielleicht noch mal ah Mist vordermachen jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken auf die Karte weil ich kann ja so nicht durch die Gegend fahren das ist ja das ist ja scheißen Dreck so okay ich brauche eigentlich bloß wieder rückwärts zurück ah ich bin auf dieser Seite gut und dann hole ich mir kurz noch mal meinen Onkel Doktor was Onkel Doktor ja 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 hier aussteigen steige aus wenn ich dir das sage und dann gehen wir hier rein dann holen wir uns kurz unsere Spritze vom Onkel Doktor ah da will ich wieder Geld Geldsäcke hier komm her Sie melden mich doch nicht bei der Gesundheitsbehörde oder warum so das war's kommen Sie wieder wenn die Schmerzen zurückkommen weil du meine Pulle Potox ins Gesicht schmierst oder was das ist doch kein Grund ah jetzt sind wir wieder drin ah da 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 Karte ah Fähigkeiten komm wenn wir schon schießen wollen dann aber richtig hier Gesundheit könnte ich mir eigentlich schon mal eins gönnen ach komm tschack wir schießen wie die wie die Schießeisenjäger oh entschuldigen Sie das ist nicht gut jetzt muss ich kurz was geht ab fahren Sie zum Anwesen nehmen Sie Lagerhäuser hoch besorgen Sie sich einen Mordauftrag habe ich alles schon ich habe mir doch schon einen Punkt auf der Karte gemacht genau da wollen wir hin das heißt hier rechts das nächste links ich müsste alle Geschäfte hier übernehmen oder was so jetzt haben wir diesen Punkt erstmal ok was wollte ich denn machen eigentlich jetzt muss ich wieder gucken das ist ja zum Kotzen was wollte ich denn machen nehmen Sie Mordauftrag ne ich wollte mir eigentlich die Bude da holen haha wir fahren einfach weiter gerade 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 Mordauftrag hole ich mir später ich will jetzt erstmal einen Laden übernehmen so geh weg du auch so und zwar diesen hier der gefällt mir sehr gut so auf geht's da gehen wir mal rein hahaha ach so jetzt ist die Frage wieder wie viel Geld brauche ich denn wo ist denn dein Chef ah da ist er leg dich nicht mit mir an da draußen sind ein paar Typen die sie fertig machen wollen ich kann sie beschützen raus ich brauche ihren Schutz nicht du brauchst meinen Schutz nicht ach mach doch mal oh scheiße wieso sind denn das so viele oh 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 da habe ich nicht nicht aufgepasst nachladen komm 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 Baby Tommy Gun Tommy Gun ah fuck naja ja ja fertiggestellt hahaha Aschloch brauchen Sie ärztliche Hilfe? brauchst du eine aufs Maul? Mann 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 danke dass Sie den Kerl erledigt haben äh das war das letzte Mal dass ich ein Taxi genommen oh sehr gern gut ich werde dann mal wieder ins Anwesen fahren Tote Gangster sind gute Gangster oh da ist oh Entschuldigung das wollte ich nicht ich wollte bloß mit dir reden bis dann ich sag mal Tschüss und würde dann direkt mal zu Corleones fahren vielleicht 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 kann ich das ein oder andere wir können mal kurz auf die Karte gucken ob es mir vielleicht schon gehört hahaha hier ne doch ne gehört mir nicht okay okay es gibt so viele noch zu holen hier oh was ist das denn was ist das denn okay upgrade naja bla bla gut also bis dennne dann tschüss tschüss euer Alan Quake bye